Das ist jetzt der Mann von der Akademie. Verehrter Herr Fuchs, die Akademie ist wirklich sehr stolz, dass Sie Ihre Stasi-Akte in unser Archiv übernehmen dürfen. Naja, da hab ich dann natürlich zugesagt. Was? Was ist das? Ach, das ist ganz interessant. Darf ich das mal? Mein Liebster, bitte melde dich. Kein Arsch passt so gut in einer. Jeans wie deiner und dein Haarterschritt. Das ist nicht von mir. Keine Ahnung. Ja, dann hat das irgendjemand durcheinander gebracht. Ja, da muss ich Sie korrigieren, Herr Fuchs. In der Hinsicht war die Stasi sehr genau.